Du hast den Notruf abgegeben. Davon gehen wir jetzt einfach raus, weil das muss als Vorspiel gelaufen werden. Das reicht schon mal. Jetzt reicht es auch. So, jetzt wird es noch. Achtung, Regelsgeräte. So, genau gucken, wo geklebt werden muss. Es steht drauf. Verkehrt ansprechen. Nein, das ist jetzt. Die Klebe ist weg. Es muss jetzt, guck mal, unterhalb der Brust. So. Jetzt irritiert ihr mich aber schon. Jetzt muss er, jetzt ist er ankleben, jetzt muss er materiell gekleben. Und dann kann er, das geht ja weiter. Entfernen. So, damit. So, jetzt da drücken. Schock auslösen. Zweit. Also dieses totale Aufbäumen aus dem Kino, das ist natürlich die Dürze. Das hat sich so aufgenommen. Ja, das ist also nicht so doll. Pumpen, 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 pumpen. In dem Rhythmus, wie es spielt. Zwei Mal beatmen. Genau, man kann sich genau danach richten. Und das Gerät gibt es vor. Man soll sich dann wirklich an das Gerät halten. Und das Gerät noch. Vielen Dank.